Schwedisch Pommern war der Teil des Herzogtums Pommern, mit dem in Folge der Teilung Pommerns nach dem Aussterben des Greifenhauses im Westfälischen Frieden 1648 der König von Schweden innerhalb des Heiligen Römischen Reichs belehnt worden war, nachdem Teile Schwedisch Pommerns bereits im Frieden von Saint-Germain 1679 und 1720 im Frieden von Stockholm an Brandenburg-Preußen übergegangen waren, trat Schweden auf dem Wiener Kongress 1815 auch das restliche Gebiet an Preußen ab, im Dreißigjährigen Krieg, durch Aussterben der Teilfürsten konnte im Jahr 1625 Herzog Bogislav XIV Pommern in seiner Hand vereinen, im Dreißigjährigen Krieg blieb er zunächst neutral, konnte aber nicht verhindern, dass kaiserliche Truppen Pommern bis auf Stralsund besetzten, Schweden griff erstmals 1628 mit einem Hilfskontingent bei der Verteidigung Stralsunds in den Krieg ein, im Frühjahr 1630 besetzte es zunächst die Insel Rügen, landete im Juni unter König Gustav II. Adolf von Schweden auf der Insel Usedom und drängte anschließend bis Sommer 1631 die kaiserlichen Besatzungs-Truppen aus dem Herzogtum hinaus, Im Stettiner Allianzvertrag mit dem kinderlosen Herzog Bogislav XIV, der auf den 10. Juli 1630 rückdatiert wurde, stieß Gustav Adolf die im Vertrag von Gremnitz festgelegte Brandenburg-Pommersche-Erbverbrüderung um, indem er sich die eventuelle Sukzession für den Fall sicherte, dass Georg Wilhelm, der Kurfürst von Brandenburg, nicht schwedischen Entschädigungsforderungen nachkommen sollte. Nachdem Bogislav 1637 gestorben war, konnte der von Kaiser Ferdinand II. mit Pommern belehnte Kurfürst Georg Wilhelm sich gegen die übermächtige schwedische Besatzungsmacht nicht durchsetzen. Dort übernahm Schweden nach einer etwa einjährigen Periode, in der die herzoglichen Räte als hinterlassene Pommersche-Räte weiter im Amt verblieben waren. Im Frühjahr 1638 auch die Zivilverwaltung und setzte den Oberbefehlshaber Johann Bahner als ersten Generalgouverneur ein. Ihm unterstanden je ein Vize-Gouverneur für Vor- und Hinterpommern. Nach langwierigen Verhandlungen mit Brandenburg, das zum Ausgleich u.a. das Erzstift Magdeburg und das Stift Halberstadt erhielt, kam es im Westfälischen Frieden 1648 zur Teilung. Hinter Pommern fiel an das Kurfürstentum Brandenburg, während Schweden ganz vor Pommern und Rügen, das Mündungsgebiet der Oder und einen Streifen östlich der Oder erhielt. Über den genauen Grenzverlauf und die Räumung der Festung Kulberg einigten sich Brandenburg und Schweden erst im Stettiner Grenzrezess von 1653, schwedische Zeit. Schweden erhielt die Pommerschen-Besitzungen als ewiges Reichslehn. Deshalb regierten dort die schwedischen Könige mit Titel und Rechten der vormaligen Herzöge aus dem Greifenhaus. Aufgrund diverser innen- und außenpolitischer Differenzen erhielt Schweden die kaiserliche Investitur aber erst Jahre später und auch die Einigung. Mit den Landständen über die Landesverfassung gelang erst mit der Verabschiedung der Regimentsform von 1663, die im Wesentlichen eine revidierte Fassung der Regimentsverfassung von 1634 darstellte und der anschließenden Huldigung der Landstände. In dieser staatsrechtlichen Form gehörte jener Teil Pommers von 1648 bis 1806 zu Schweden und unterstand einem Stadthalter oder Generalgouverneur, der vom schwedischen König ernannt wurde und dem schwedischen Hochadel angehören musste. Von 1663 bis 1806 hatte der König von Schweden als Herzog von Pommern einen Sitz im immerwährenden Reichstag zu Regensburg. Das höchste Gericht der schwedischen Gebiete auf dem Kontinent war ab 1653 dk Sekunden Obertribunal mit Sitz in Wiesmar. Als der Malmöer Pfarrantvertrag von 1803 die schwedische Herrschaft über Wiesmar beendete, wurde es zunächst nach Stralsund und dann nach Greifswald verlegt. Der Besitz vor Pommerns hatte für Schweden den Vorteil, sich ohne Gefährdung des Kernlandes an Kriegen auf dem Kontinent zu beteiligen, machte Pommern aber immer wieder zum Kriegsschauplatz. Bereits im Zweiten Nordischen Krieg von 1655 bis 1660 diente Schwedisch Pommern als Aufmarsch- und Nachschubgebiet. Im schwedisch-brandenburgischen Krieg von 1674 bis 1679 fielen schwedische Truppen erneut in Brandenburg ein, mussten vor Pommern aber nach der verlorenen Schlacht von Färbelin ganz aufgeben. Im folgenden Frieden von Saint-Germain hatte Schweden jedoch dank französischer Fürsprache lediglich einen Gebietsstreifen östlich der oder an Brandenburg abzutreten. Im Pommern-Feldzug im Jahr 1715 während des Großen Nordischen Krieges nahm König Friedrich IV. von 1715 bis 1721 schwedisch Pommern nördlich der Peene in Besitz, während Preußen den südlichen Teil und die Oder-Inseln besetzt hielt. Die Dänen planten ihr altes Interessengebiet langfristig dem dänischen Staat anzugliedern und führten daher eine eigene Landesaufnahme durch. Die dänische Lustration. Im Frieden von Stockholm mussten sie ihren Teil aber wieder an Schweden abtreten. Das ganze Land südlich der Peene mit der Hauptstadt Stettin blieb in preußischem Besitz. Seit 1720 bestand schwedisch Pommern also nur noch aus Rügen und im vorpommerschen Gebiet nördlich der Peene. Hauptstadt wurde die Festung Stralsund. Auch im Siebenjährigen Krieg drängen schwedische Truppen von dort aus in die preußischen Provinzen Brandenburg und Pommern ein. Im Zuge der Auflösung des Alten Reichs 1806 änderte sich auch die staatsrechtliche Stellung schwedisch Pommerns. Da sich die Landstände weigerten einer vom schwedischen König Gustav IV. Adolf geforderten Aufstellung einer Landwehr zuzustimmen, hob dieser am 26. Juni 1806 die bisherige landständische Verfassung und die Zugehörigkeit schwedisch Pommerns zum Reich auf. Damit scherte dieses Territorium noch vor der Bildung des Rheinbundes und der Niederlegung der Kaiserkrone durch Franz II. aus dem Reichsverband aus, die bereits vor dem Greifswalder Landtag von August 1806 erklärte Einführung der schwedischen Verfassung und zahlreicher Reform im Rechtssystem, a. die Aufhebung der Leibeigenschaft, und in der Verwaltung kamen wegen der im Juli 1807 erfolgenden französischen Besetzung nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung zustande. Übergang an Preußen Nach zweimaliger Besetzung durch Frankreich und seine Verbündeten in den Napoleonischen Kriegen 1807 bis 1810 sowie ein 1812 Dreizehntel gewann Schweden seine, letzte verbliebene überseesche Provinz vorübergehend wieder zurück und setzte ab 1810 die 1806 beschlossenen Reformen zumindest teilweise noch um. 1813 eroberte Schweden in einem Feldzug gegen Dänemark das mit diesem bis dahin in Personalunion verbundene Norwegen, im Kieler Frieden vom 14. Januar 1814 wurde Dänemark aber im Gegenzug der Erwerb von Schwedischbommern in Aussicht gestellt. Da Dänemark die auferlegten Kriegsentschädigungen an Schweden nicht zahlen konnte, vereinbarte es auf dem Wiener Kongress mit Preußen, dass dieses Schwedischbommern gegen Abtretung des Herzogtums Lownburg an Dänemark und Übernahme der dänischen Reparationszahlungen an Schweden übernehmen sollte, die Übergabe durch den schwedischen Generalgouverneur an den bevollmächtigten Preußens erfolgte im Oktober 1815. Aufgrund der vereinbarten Garantie der überkommenen Rechtsordnung hatte das 1818 als Regierungsbezirk Stralsund endgültig in die preußische Provinz, Pommern eingegliederte Gebiet weiterhin lange Zeit eine Sonderstellung. Umgangssprachlich bürgerte sich für Schwedischpommern die Bezeichnung Neuvorpommern bzw. Neuvorpommern und Rügen ein. Damit sollte die Unterscheidung zum bereits 1720 preußisch gewordenen Altvorpommern südlich und östlich der Peene bzw. des Oderstroms kenntlich gemacht werden. Siehe auch, Liste der schwedischen Stadthalter in Pommern, Thomas Heinrich Gadebusch, Geschichte Pommerns